Auf dieser Rennstrecke wird ein Deckenaustausch vorgenommen. Wirtgen-Kaltfräsen tragen den alten Belag millimetergenau ab und verladen das Fräsgranulat direkt auf LKW. Die Fräsfläche bietet eine gute Verzahnungsstruktur für den neuen Belag. Nach dem Fräsen erfolgt dann der Einbau einer neuen Decke. An die Einbaugenauigkeit werden höchste Anforderungen gestellt. Mit Vögele Straßenfertigern rüstet man sich hier für die nächste Rennsaison. Untertitelung des ZDF für funk, 2017